In diesem Video zeige ich, wie man ganz einfach selbst einen Wasserhahn repariert, bei dem der Griff oder der Hebel locker ist und wackelt. Bei mir ist der Hebel nicht nur ein wenig locker, sondern überhaupt nicht mehr fest und fällt komplett ab. Der Wasserhahn lässt sich zwar noch benutzen, da passiert so auch nichts, aber im Sinne des Erfinders ist das so natürlich nicht. Deshalb möchte ich den Griff jetzt reparieren und wieder ordentlich befestigen. Der Griff vom Wasserhahn bzw. Einhebelmischer ist mit einer kleinen Madenschraube befestigt. Im ersten Schritt müssen wir herausfinden, wo sie sich befindet. Je nach Modell vom Wasserhahn kann dies an unterschiedlichen Stellen sein. Wenn sich der Griff bereits komplett abziehen lässt, ist es leicht, die Befestigung und den Ort der Schraube zu finden, indem man den Griff einfach umdreht und inspiziert. Falls der Griff nur etwas locker ist, bietet sich ein anderes Vorgehen an. Häufig befindet sich die Schraube auf der Rückseite vom Wasserhahn. Dazu drehen wir den Einhebelmischer komplett nach rechts oder links, um an die Öffnung für die Schraube heranzukommen. Hier bei mir versteckt sich die Madenschraube in dem Loch. Es kann auch sein, dass zunächst noch eine Schutzkappe oder Blende entfernt werden muss, um an die Schraube heranzukommen. Bei diesem Wasserhahn ist das beispielsweise der Fall. Auch hier befindet sich die Schraube auf der Rückseite. Manchmal befindet sich die Schraube auch hinter dem rot-blauen Symbol für warmes und kaltes Wasser. Die Kappe muss dann erst mit dem Fingernagel oder vorsichtig mit einem Schraubenzieher herausgehebelt werden, um an die Schraube heranzukommen. Wenn die Position der Madenschraube gefunden ist, bei mir hier auf der Rückseite, dann können wir mit einem kleinen Inbusschlüssel die Schraube wieder festziehen. Das kann etwas fummelig sein, je nach Platzverhältnissen. Um die Schraube am Ende richtig festzuziehen, ist diese Steckposition des Inbusschlüssels besser geeignet als die vorherige, da die Hebelwirkung so besser ist. Der Griff vom Einhebemischer sollte am Ende fest sein und nicht mehr wackeln. Manchmal klappt das so aber nicht. Warum das nicht immer funktioniert, zeige ich gleich am demontierten Hebel. Wenn die Madenschraube nicht mehr auffindbar ist und bereits verloren gegangen ist, können wir uns im Baumarktersatz besorgen. Bei der Madenschraube oder Wurmschraube, die auch als Gewindestift bezeichnet wird, handelt es sich um eine Innensechskantschraube, umgangssprachlich auch als Inbusschraube bezeichnet. In meinem Fall ist eine Innensechskantschraube mit Durchmesser M5 nötig gewesen. Manchmal findet man die verloren geglaubte Schraube aber auch hier oben auf der Kartusche liegend. Oder sie steckt noch teilweise im Griff drin, wie hier bei mir der Fall. Hier sieht man auch gut das Prinzip. Die Madenschraube drückt beim Festziehen seitlich gegen den Kunststoff der Kartusche und sorgt so für einen festen Halt des Griffs. In den meisten Fällen kann durch Festziehen der Madenschraube der lockere Griff am Wasserhahn problemlos selbst repariert werden. Manchmal klappt das so aber trotzdem nicht. In meinem Fall löst sich der Griff immer wieder und lässt sich nicht befestigen, egal wie fest ich die Madenschraube anziehe. Wenn man sich die Kartusche genauer anschaut, sieht man auch warum. Der Kunststoff oben am Hebel der Kartusche ist exakt an der Stelle, wo die Madenschraube sitzt, bereits so kaputt, dass die Schraube keinen Halt mehr findet. Hier könnte man jetzt die Kartusche gegen eine neue austauschen. Bei einer Markenarmatur findet man je nach Alter gegebenenfalls noch Ersatzkartuschen. Bei einem günstigen Einhebelmischer ist es häufig schwieriger, eine passende Ersatzkartusche zu bekommen, da Kartuschen nicht genormt sind. Im Zweifel kann natürlich auch die komplette Armatur ausgetauscht werden. Ich hoffe dieses Video war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen!